hallo herzlich willkommen youtube und herzlich willkommen zu einer runde twice fusion mit robert ja robson ist wieder mit dabei und endlich mal wieder eine runde twice da bin ich ja mal gespannt wir hatten heute im stream eine diskussion welche spiele wenn man so irgendwie mit der unserer truppe gemeinsam zocken könnte und das ist irgendwie recht schwierig geworden oder schwieriges thema ja weil wir sind ja auch lang nicht mehr lang nicht mehr in der truppe wie sie früher mal war weil sie die meisten also viele sind ja gar nicht mehr häufig wenn überhaupt nein komm schon baby komm schon okay okay ja eh 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 oh gott oh gott oh gott oh gott nein oh gott yes baby oh wird das dnf oh das wird ein dnf boys boys das wird ein dnf ja und da haben wir das thema hier gerade angestellt nein direkt nicht weiter gekommen weil wir in der tryhard phase waren da halt die fresse phase das kannst du gar nicht erschaffen wenn du den checkpoint da verkackst dann vielleicht nicht ich weiß es nicht kann ich dir nicht sagen aber jetzt ist wieder die map schuld man kennt ja eigentlich von mir aber hey ja aber jetzt müssen wir wieder mit gas und bremse arbeiten ja jetzt gibt sieben dnf hintereinander ja war das das letzte mal links schweizgezockt vor zwei tagen ach shit ok ok das seht ihr jetzt nicht beim roten nur hinterrad beim blauen nur vorderrad warum sehen die das nicht ja wie woher sollen jetzt wissen älter eingefleißte treize gucker ja die kommen ja alle von pizmied na ja mann also meinst du meinst du wirklich du würdest jetzt nur eine runde gewinnen oder ins ziel kommt keine ahnung ich hoffe ins ziel kommen alter hört ihn euch an muss man ja leider so sagen weil das letzte mal dass du twice gespielt war die aufnahme glaube ich ist richtig da muss ich ja so ein bisschen die den arroganten pavien raushängen lassen so wie immer meinst du ja mann hast du mein show gesehen doch ganz ganz gut aber ich finde so weil es gibt videos von dir die halt aussagekräftiger sind finde ich irgendwie ich weiß halt nicht ja aber du brauchst halt was du dir aushalten du brauchst halt ein kurzes video was erklärt wer du bist was du machst was du tust und da wollte ich das alles machen bis aufs gaming mach einfach mit mann mua 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 An sich eine coole Map. Also rot nochmal darf man nur mit dem Hinterrad berühren und blau darf man nur mit dem Vorderrad berühren. War es blau? Nein! So, wie sieht es aus? Oh, wie sieht es aus? DNF? Ja, leider. Das Vorderrad, ne? Danke. Halt dein Maul. Aber wie es anpisst, dass die erste Neffe mir an sich gegangen ist. Wärst du direkt die Krabitzigkeit, die von vorne rein drin ist? Ja, du hast direkt hier Feuer in die Partie geworfen. Was soll ich denn machen? Da konnte ich dir nichts dafür, dass du zu dumm bist für die erste Map. Ach ja gut, hier habe ich mir eine schwere Map eingebaut. Da wirst du wahrscheinlich noch mal ins Ziel kommen. Ich fand die davor jetzt nicht machbar, nur du warst halt schneller. Muss man mal so zugeben. Ja. Ja. Wie in den letzten Aufnahmen eigentlich immer. Aber nicht bei der Tour. Du weißt gar nicht mehr, war die Tour eigentlich letztes Jahr? Ähm. Man weiß es eigentlich nicht so, ne? Bistest du einen Monat jetzt? Ne. Ich weiß ja nur nicht mal, ob es letztes Jahr war. Wir müssen noch mal ein Pro fragen. Ich glaube der Pro weiß sowas noch ganz gut. Doch, die müsste letztes Jahr gewesen sein. Wir haben die Tour, ich glaube im Dezember angefangen und wir haben ja dann noch die Team-Tour gemacht. Ich glaube so im März rum müsste das sein, im Februar, im März. Was? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. willkommen in der aufnahme keine ahnung warum 4,90 aber es sei direkt durch ein schön das ist mein donation wird von der maryke die maryke 1 4 ja wiederhalle aah Ja. Und diese kleine Kante da. Miep, miep. Alter Maul. Vor allem dieses Miep und alle wissen was gemeint ist. So geil. Miep, miep. Tüsch. Wo kommt das eigentlich her hier, Tüsch? Das ist türkisch und ist so, wenn man sich so halt aufregt irgendwie so. Woher kommt das, dass momentan jeder dritte YouTuber Simon nochmal sagt? Das ist eine andere Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Miep, miep. Komm schon. Komm schon. Oh, come on! dreckig reingeschossen ach das auch noch mal das ist so geil wenn du die ganze zeit und du am letzten check voll also am ziel das das wäre ich mit rein schießen ja komm du du darfst dich einschießt mäßig gar nicht beschweren junge kommt der wir jetzt mit rein schießen war ja aber okay eine schwere map auf die schwere maps immer klar wer zu hoch stapelte ja gebe ich dazu aber muss robert dafür echt mal lob aussprechen dafür dass er lange nicht gefahren ist werter ja gut ich streng mich aber auch mega an kämmer von dir gar nicht ich anstrengen ja der maul davon die ironie ist hier ein ganz durchs pflänzchen ja mann hey müssen wir versuchen nehmen jetzt auch noch mal hier ein verbrennen zu drücken gleiche denke ich mir auch aber tue ich mich ja bei dem game momentan deshalb auch ruhig ein paar mehr fehler als robert ja ich sehe das schon glaube ich ja mal einer meiner kleinen fehler ich gerade am anfang ein bisschen zu sehr auf versuche gefahren bin also versuche sparen es hat weiß doch tatsächlich doch einen kleinen taktischen aspekt gut hat ist das denn warten 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 ach ja Oh, da muss er sich schießen, jetzt. Oh, ne! Oh, ja, gut, ich hab's nicht gehalten. Shit, war nicht mehr so weit, ne? Scheiße. Ne, war nicht mehr so weit. Kacke. Bap, bap! Alter, das ist wieder so ein Ding. Bap, bap! Ja, das ist kacke, dass ich die Map nicht kenne. Map, bap! Ja, ja, Map, Map. Map, bap, bap! Möp dich gleich. Map, map! Mein Möp ist mehr wert. Wieso? Ich bin der Erfinder des Möps. Ja, ja. Deswegen ist es umso sch... eigentlich wehmigender, wenn du einen Möp, Möp entgegenkriegst. Ach. Warum, du bist doch der amtierende Twiles-Meister. Ja. Ach, was mache ich denn für dumme Fehler jetzt hier? Oh, echt? Was? Man hat über die ersten Fässer in einem Rotströmer? Keine Ahnung. Wie hast du's denn gemacht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß wirklich mehr. Ich nicht. Hm. Hm. Ich weiß nicht mehr. 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 würde sagen in einem ball so lange wie du da jetzt hängt ja nur ich habe zeit in einem probiert schon öfters aber ich hasse fässer das ist einfach es ist einfach wirklich so ich hasse fässer ein dicker vogel das war aber auch eine dicke map ja dicke fette mir für mich hasse fässer so dermaßen alter richtig dnf aber dick und fett ja das gerade ärgert mich aber hier sehr fässer ja ohne scheiß aber so drei mehr ich merke es halt immer wieder ich merke ich weiß halt auch bei inferno ist mein absolutes hass mein absolutes hasshindernis diese fässer vor dieser vor der ja in der mittleren sektion da irgendwie so habe ich so viele fehler gemacht ja 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 die heute dnf fässer fässer auch da war ein fässer hätte das mit dem fässer nicht sagen kriegt demnächst nur maps mit fässern ach nee die scheiße ist er hat es gesehen und sonst wieder so richtig ja aber weniger fehler ja ihr merkt heute keine besonders gesprächige runde weil wir müssen uns mal wieder seit langer zeit messen ja so ein bisschen anstrengung ist gerade da aber jetzt kommt sanuki factory extreme das heißt ich bin im rheinschaftsmodus also wieder nach vorderrad und hinterrad aus jetzt tut er wieder so als ob er die map nicht kennen würde willst du mich verarschen ja ach komm ach komm leckst mir auch ne Boberts oha hast du hier schon rüber bist aber Respekt nein bitte nicht so ein Fehler echt jetzt werden schon hier die FIFA Götter beschworen die Trice Götter warum bitte nicht so ein Fehler ne weil ich war eigentlich drüber und mach dann so ein Popperzen Fehler ein Popperzen Fehler wie soll ich da mit dem Hinterrad dran ungefähr so würde ich sagen nein tschüss mit mach 90 angeflünstet nein echt jetzt yes baby what ja wieso ich das machen ok gg schau wir nicht ja Geh, Geh, Schaube. Ja! Eben noch der große Brüller. Oh, gerade keine Ahnung, wie ich hier rüberkommen soll. Boah. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rüberkommen soll. Das ist schon mehrmals gesagt. Jügen, Robert. Ja, ich hab höchstens Ideen, aber hier fehlt mir sogar gerade die Idee zu. Boah, Alter. Keine Ahnung. Ah, dass du hier im Flow durch musst, aber ich hab keine Ahnung, wie man hier im Flow durchkommen soll. Aha, okay, ich hab ne Idee. Ich hab grad keine Idee, ich hab grad noch nicht mal mehr ein vernünftiges Gefühl im Finger. Ja, das ist der beste Moment für mich jetzt. Ohne Scheiß, wenn du, kennst du das, wenn du so ein bisschen den Daumen überspannt hast quasi. Mhm. Und nichts mehr harmoniert. Das, was der Bro eigentlich die ganze Zeit hat. Kein ja nix dafür, Herr Junge. Meinst du wegen den Haaren auf den Fingern oder? Ja. Geht der Grip. Ja, ja. Halleluja. Laber doch nicht! ich komme nicht rüber muss halt das vorderrad kurz vorher damit du ja nicht an und dann mit dem vorderrad bin ich neben am hinterrad bin ich hoch ja genau ich habe es ein bisschen anders gemacht aber ja hier kommt es nicht erst mal so schnell nicht rüber habe ich gedacht da hinten wäre es hier gewesen aber krass ich stelle über das eine gekommen ist jetzt gleichstand respekt habe ich nicht gedacht ich habe einfach viel zu lange an der gut gut jetzt hat der moment um das aber wie dem auch sein mag respekt ja ja ich habe jetzt genug respekt hdf tages sieg wir will meinen respekt nicht wahrnehmen ich habe nur gesagt dass ich jetzt genug ja easy peasy mit damit ein bisschen spannung in der aufnahme ist so freunde nein ich bedanke mich recht herzlich zu halten ja ja so 9 8 7 am ende wird der krieger auch damit hier mal ein bisschen spannung ist gleichgewicht ist wieder hergestellt freunde wenn es euch gefallen habe hier so eine spannende möhre so ein spannender drops so jeder der beziehung geschaut hat möchte ich das immer in die kommentare schreibt bis zum nächsten Mal